hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist ein verbund dran von geisha und zwar der professionelle 64 schuss gekauft bei pyroland für knapp 60 bis 70 euro hoch ich bin ganz schön weiß sicher weiß es nicht mehr ich glaube 60 wir haben hier eine schöne batterie schön verbunden mit 64 schuss wir haben hier jetzt muss ich überlegen jetzt habe ich nicht vorgeguckt denn wir haben eine sehr schöne batterie mit fast 900 gramm nm wie sagt 64 schuss dürfte glaube auch in 25 wie sagt von effekt hat sie mich sehr gut gefallen deswegen dachte ich mir ich nehme sie mit und sehen sie einfach mal draußen zur zündung bis gleich so so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018